Hm, ne. Langweilig. 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 So, ah. Ja, wir haben jetzt schon eine ganze Weile gespielt. Ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal Schluss hier mit dem Let's Play Volume 4 von Dragon Quest. Heroes, 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 oder so, keine Ahnung. Okay. Neue Visionen, neue Sachen, gibt's alles. Schön, auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch viel Abwechslung bereicht, beschert, viel Abwechslung, so. Warte, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Christian Angel 3000 und schaut bei den anderen Kanien vorbei, wie Mapstar. Der hat auch bald was ab Dezember, glaube ich, geht's los bei ihm oder so. Oder Mitte November bis Dezember oder so. Kommt dann endlich mal ein bisschen was Cooles raus, was er so lange vorbereitet hat. Und bei Yusaku vorbeischauen, ne. Nicht vergessen, bei Simons Games vorbeischauen. Der hat grad Fallout. Also dann bis zum nächsten Mal. Also, ciao. Euer Christian Angel. Bis zum nächsten Mal. Bleibt treu. Tschau. 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 Tschau.